Allerdings müssten zunächst Russlands eigene Speicher aufgefüllt werden. Der Kreml-Chef hieß den russischen Energieriesengas Prom an, die Lieferungen nach Deutschland und Österreich zu erhöhen, sobald dies geschehen sei. Putin erklärte, dies dürfte zur Entspannung auf den europäischen Energiemärkten beitragen. Gazprom-Chef Miller stellte in Aussicht, dass sein Unternehmen ab dem 8. November die Befüllung heimischer Speicher abgeschlossen haben dürfte und danach mit verstärkten Lieferungen nach Europa beginnen könne. Experten hatten darauf hingewiesen, dass die Speicher von Gazprom vor allem die Anlagen in Österreich und in Deutschland momentan ungewöhnlich leer seien. Hingegen seien die Speicher in Ländern wie Italien und Frankreich, in denen Gazprom keine Anlagen besitzt, gut gefüllt. Gleichzeitig waren zuletzt die Gaspreise wegen der teils niedrigen Lagerbestände und der wachsenden Nachfrage nach der Pandemiekrise stark gestiegen. Kritiker hatten vermutet, dass Gazprom absichtlich das Speichervolumen auf niedrigem Niveau halte, um die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 zu erzwingen. Die russische Seite hatte derartige Anschuldigungen zurückgewiesen. Noch vor einer Woche hatte Putin erklärt, Russland könne die Erhöhung der Lieferung von Erdgas nach Europa nach der noch ausstehenden Zertifizierung durch deutsche Behörden erhöhen. Untertitelung des Zertifizierung